Guten Tag, schön euch zu sehen. Bleibt ein Weilchen und hört zu. Servus und hallo zu Star Trek Timelines in den unendlichen Weiten des Weltalls und zur nächsten Folge unserer Sensationsformats. Wir schauen uns einen Free-to-Play-Account an, von Beginn an. Und ich habe mir jetzt angeguckt, dass ich die Aerium Off-Level, meine 4-Sterne-Tante, die wir durch das Bau-Event bekommen haben, und jetzt auch noch die Ruffy. Das heißt, wir können die jetzt nach wie vor oder weiterhin supergut für Missionen verwenden und sie können weiter an Erfahrung leveln. Das ist doch mal eine schöne Sache. Und jetzt schauen wir uns das Shuttle an. Ein Shuttle-Mega-Event. Mega-Event ist ja das Geile, dass es bei 25.000 einen goldenen Charakter zu sammeln gibt. Aber soweit wir nicht draufkommen mit dem Shuttle-Event, das können wir uns gleich abschminken. Aber wir schauen uns das mal an. Wir haben ein paar Transmissionen sogar. Wir bekommen ja 4 pro Event. Und da hatten wir schon mal 3 bekommen bei den Augments. Das ist sehr schön. Nach der, wir haben nur 2 Shuttles zur Verfügung. Aber ich zeige euch jetzt, wie ich es machen würde. Ich klicke auf Augment oder Borg. Das ist eins von beiden. In dem Fall würde ich zwischen den beiden variieren. Nicht Dominion, weil Dominion hat nicht wirklich Items, die man gut brauchen kann, meiner Meinung nach. Ich habe zwar den Odo, den ich hochleveln muss. Der braucht irgendwann Dominion-Items. Aber ich fahre all along, glaube ich, mit Augments und mit Borg besser. Ich mache mal Borg auf. Und haue da jetzt Crew rein. Der Before wird geteilt. Warum auch immer. Der ist ja nicht Event-Charakter. Da wäre es cleverer, wenn man irgendjemand den Event-Charakter teilen würde. Und Canon-Before, aber natürlich hat der halt Hammer-Werte, kann man schon verwenden. Ja, verwenden wir den einfach mal. Und weil wir schon auf 100% sind, verwende ich irgendeinen, der da unten ist und der ansonsten nicht wirklich drankommen würde. Uh, La Force ist sogar Event-Charakter. Okay, gut zu wissen. Dann machen wir es doch so. So, ich sende das Shuttle. Das braucht jetzt eine Minute Zeit. Mach das nächste auf. Schauen wir uns das mal an. Ich werde gucken, dass ich beide bediene. Also, dass ich die Aerium da reinsetze, weil die beide Werte hat. Das habe ich schon mal alles erwähnt in einem extra Tutorial-Video rund um Shuttle-Events. So, da können wir jetzt den Data einsetzen. Und dann nochmal den PK, kommen wir auf 92%. Ich habe überhaupt keinen Shuttle-Boost. Okay. Dann müssen wir leben mit den 92%. Eine neue Shuttle-Round kostet 750 die Lithium. Das ist recht viel. Vergrößere die Shuttle-Flotte. Ja, vielen Dank dafür. Das ist recht viel. Diese 750 die Lithium rentiert sich aber schon. So, und jetzt kommt gleich ein Shuttle zurück. Und jetzt möchte ich nicht auf Abschließen gehen in dem Fall. Weil, wenn ich auf Abschließen gehe, dann erhöht sich die Zeit und der Schwierigkeitsgrad. Und ich habe ja jetzt gerade am Anfang schon Probleme. Und deswegen möchte ich auf einem kleinen Schwierigkeitsgrad bleiben. Nachteil, ich habe die Crew nicht zur Verfügung, die ich ansonsten aus meinen Shuttles wieder rauskriegen würde. Ich muss mal merken, lang lebe die Königin. Das ist nämlich die Mission, wo mein, wo dieser andere Dude drinnen sitzt da, von dem Geschwader, der geteilt wurde. Der Lower, der Before. Und deswegen möchte ich lang lebe die Königin eher abholen, als die Bedeutung hatte Namen. Aber auch das habe ich schon in anderen Videos erklärt. Nur nochmal ganz kurz als Auffrischung. So, gut. Hier auch wieder gucken, dass ich keinen Skill verschwende. Und Shuttle senden. Das Ganze machen wir nochmal. Eine Transmission haben wir ja noch mit dem Borg. Shuttle ist auch wieder retour. Schauen wir mal, auf welche Werte wir da noch kommen. Ja, Kraft, du kannst jetzt von beiden profitieren. Nehmen wir da die 7. Ausnahmsweise. Ja, komm, Shuttleboni, danke. Gut, dass wir das nochmal haben. Danke für die Info. Aber ganz schöne Bildchen, könnte man als Thumbnail überlegen. 70% versus 75, komm, dann machen wir da mal eine Ausnahme. Und schicken wir da mal die 7 los. So, Borgs sind wir blank. Aber da machen wir einfach mit den Augments weiter. Ich gehe wieder auf senden. Dann Laforge, ja, sehr gerne. Fesek, Torres ist okay. Und da machen wir den McCoy. Der hat nur den einen Skill, aber okay, 87%. Ist ganz nice. Hier jetzt für 750 die Lithium. Nee, aber ich warte, bis der Shuttle zurück ist. Das ist auch wieder da. Scheint nur noch ein Anzeigefehler zu sein. Dass hier noch 750 die Lithium stand und nicht Shuttle weg senden. So, schauen wir einfach noch, wie weit wir kommen. Jetzt haben wir nicht mehr so die Auswahl zwischen den Hammerleuten. Jetzt geht uns schon langsam die Crew aus. Aber hey, all das sind mögliche Belohnungen. Und die Items sind uns halt schon sehr wichtig am Anfang. Auch da war das Shuttle wieder da. Also kann ich es wieder weiter senden. Ich werde nicht besonders hoch raufkommen beim Event. Aber hey, keine Winn ist alles. Und Items bekommen daraus ist auch cool. Mag man echt nicht glauben, dass es bei so einem Shuttle-Event auch abseits noch einiges zu holen gibt. Aber gerade diese Items sind echt Gold wert. Und nebenbei holen wir auch noch die Belohnungen für Data Unten für die täglichen Missionen. Dafür gibt es nämlich auch noch mal einige Belohnungen für Dienste in dem Fall. Und wir sind fast beim nächsten Kampagnen-Ziel. Und da gibt es ja dann noch mal Verdienste. Geile Sache. So, gut. Wir machen weiter. Ich gehe noch mal auf Augments. Da nehme ich es jetzt nicht mehr so prall. Und die Drei möchte ich mir tatsächlich aufheben. Ich werde mir jetzt das anschauen mit der Königin. Lange lieber die Königin. Und werde das abschließen. Nicht die anderen, sondern das mit der Königin. Weil da ja jemand drauf sitzt, der wichtig ist. Genau, nehme ich der Before. Und der schafft es ja schon einmal allein mir diese Mission zu machen. Und ich habe ja nicht mehr so viele Transmissionen. Das heißt, jetzt muss ich dann anfangen, dass ich ein paar Punkte mache. Gehe da auf Shuttle senden. Das Ganze lauft drei Minuten. Und ich werde mir dann diese Lange lieber die Königin einfach noch einmal zur Brust nehmen. Entschuldigung, war jetzt nicht Lange lieber die Königin, sondern heißt jetzt Sicherheit. Stimmt ja. Ich habe ja nicht alle aufgemacht, sondern jetzt ist es zur zugesicherten Sicherheit geworden. Und das Ganze kann ich dann noch zweimal machen. Wenn ich da jetzt auf Abschließen gehe bei den anderen, dann erhöht mir das nur allalong die Schwierigkeit. Und da werde ich wahrscheinlich Probleme bekommen. Außerdem erhöht es mir die Länge, wie lang diese Shuttles unterwegs sind. Und dann müsste ich schon eine halbe Stunde oder gar eine Stunde warten. Und dann wird es echt schwer, dass ich die Shuttles noch gut abschließen kann. Nächste Belohnung. Ja, das holen wir uns dann später ab, wenn ich diese Shuttles zurückgeholt habe. Zugesicherte Sicherheit. Okay, passt. Dann wissen wir das mal. Die sind jetzt alle im Shuttle. Ist das so ein bisschen der Nachteil? Man kann sie halt gerade nicht wirklich verwenden. Nicht wirklich irgendwelche anderen Missionen machen, weil die halt alle gerade in Shuttles unterwegs sind. Ich kann halt nur irgendwelche Warp-Missionen machen, um an Items zu kommen. Warp-Missionen ist der Vorteil, dass ich halt die Crew nicht wirklich brauche, sondern dass man den Shuttle quasi blank losschickt, ganz alleine. Und das dann mit den Items zurückkommt. Wie so eine Sonde, die man wegschickt. Das macht es sehr schön und sehr einfach. Bei Uranisch und Borg. Okay. Ja, vielleicht haben wir sogar Glück und das ist bei den Borg-Transmissionen drinnen das Item. Ich werde aber trotzdem mal ganz kurz bei den Borg vorbeischauen. Wir haben ja wieder ein paar Verdienste bekommen. Vielleicht ist auch das Item da dabei. Oder bei den Bajoranern. Ja, perfekt. Für 50 verdienst du sogar nur. Das ist doch ein Schnäppchen. Wenn es anders geht, dann macht es das anders. Also wenn da noch irgendwo eine Mission wäre, dann macht es auf jeden Fall die Mission, wenn ihr die schaffen könnt. Aber wenn es wie in dem Fall nur durch Transmissionen geht, ja, dann hilft es nichts. Dann muss man da mal vorbeischauen und weiter aufleveln. Und gerade wenn man so einen Odo hat zum Beispiel, den man jetzt schon drei von drei hat, dann kann es sich da echt lohnen, in den weiter zu investieren und den weiter voranzubringen. Episode 1 auf Elite wird schwer und da die Delfischen irgendwo da hinten, das müsste man sich anschauen, ob das klappt. So, mittlerweile haben wir die Sicherheit fertig, zugesicherte Sicherheit. Perfekt. Dann gehe ich nochmal auf Augments, schicke was Neues los und auch hier natürlich wieder before. Der kommt noch auf 99%. Dies ist sehr nice. Dauert jetzt schon fünf Minuten, um das Ganze abzuschließen und dann gehe ich wieder auf Shutter senden. Muss man jetzt eine neue merken, nämlich Maddox Redox. Alle anderen möchte ich ja aktuell noch nicht abschließen. Erst bis ich hier keine Transmissionen mehr habe. Ein paar johannisches Pad, das geht nicht. Das war auch eine Geschichte, die ich gerade noch nicht abschließen kann. Okay. Barclay, der kann das nicht warpen. Der kann das auch nicht warpen. Und der kann das hier warpen. Er kann sich einen Faser gönnen. Brauchen wir nur noch Erfolg haben. nebenbei versuchen, die Mission nicht zu vergessen. Maddox Redox. Nice. Den hat er schon mal. Crusherchen, wie schaut's mit dir aus? Hypo Spray? Äh, kann ich die fliegen? Schauen wir mal. welche Fliegen auch wenn Aerium gerade in einem Shuttle ist? Ja, scheint zu klappen. Dann fight! Fight! Tatatata! Boah, das hat reingezimmert. Das war schön. Da war, glaube ich, auch noch die Verteidigung unten. Deswegen hat das besonders reingeballert. Könnte sich ausgegangen sein. Mit den 20 Sekunden. Und? Yes. Yes, 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 yes. Elite freigeschalten. Nice. Crusherchen hat ihr Hypo Spray aber nicht bekommen. Das heißt, wir woppen das Ganze nochmal. Oh, schönes Item. Immer gut brauchbar. Da, man. Hypo Spray, Crusher, gönn dir. Oje, das, oje, oh Gott, das ist ein Scheiß-Item. Das ist ein Kack-Item. Ich hasse es. Ich mag sie überhaupt nicht, doch da ist es auch nochmal drinnen. Oje, Crusher, was tust du mir an mit den Gurkenglädern? Was tust du mir nur an? Brauchen wir lieber mal das Item für die Aerium. Decks darf ich auch nicht vernachlässigen, denn die wird mir für Kadetten Herausforderungen eine enorme Hilfe sein. Übersetzungsalgorithmus, ja, da werden sich alle um den schlagen wahrscheinlich. Ruffy, ähm, Cisco, den habe ich gerade aktuell auf meiner Kampfstation. Kann sich auch durchaus lohnen, den auszubauen. da kann ich noch nichts warpen, die mit Stern sind noch ein bisschen schwerer zu kriegen. Die Torres ist auch eine, die sich durchaus lohnen kann zum Investieren. Da kann ich aber auch gerade noch nichts warpen, das geht. dann haben wir das Item und das hier machen wir auch noch und dann sollte dieses Maddox Redux doch auch schon wieder da sein. Da, hier bauen wir dir das Item, das du dann irgendwann mal verwenden kannst. Wie schaut es da aus? Eine Minute läuft es noch, Maddox, okay. eine Augment Transmission haben wir noch. Ich schaue mal ganz kurz bei den Borg vorbei. Transmission, wir könnten uns auch noch natürlich weitere gönnen. Oder ich mache dann einfach noch weiter mit den Dominion-Dingen, die ich habe. Wie gesagt, ich bin jetzt nicht der größte Dominion-Fan, aber ich hätte halt gerade alle Transmissionen zur Verfügung, die gratis sind, wo ich nichts dafür ausgeben muss, dann mache ich vielleicht mit denen noch ein bisschen weiter. So, das läuft gleich weiter. Das sehen wir gleich so weit, dass wir das abschließen können und weitermachen können. Ha! Skalpell! McCoy, gönn dir das Skalpell! das ist schön, wenn man McCoy was kriegt, was er braucht. Persis, ja komm, gönn dir halt den Unikator, das ist schon okay. Menden könnte wichtig werden. Sternflottenuniform, YOLO, Wen gibt's denn zum Sammeln beim Event? Schauen wir uns mal die Belohnungen an. Ach, Seven! So, wie schaut's denn aus? Hab ich die Seven schon? Seven hab ich schon, die kann ich dann aber im Bälde zu einer Zwei-Sterne-Seven machen. Das ist nice. Maddox Redux ist wieder da. Schon zehn Punkte. Geil, Matt! Und tolle Items, die ich irgendwann mal verbrauchen kann. Goodie! Dann next one dauert jetzt schon zehn Minuten. Oh, jetzt, ihr seht schon, es wird schon schwerer. Wir kommen nicht mehr auf 100%. Man kann es aber natürlich auch so machen, dass ich mir jetzt gucke, was hat denn der bevor? Der hat Diplo und Wissenschaft. Ich könnte jetzt auch verschwenderisch sein und eine weitere Transmission aufmachen und gucken, ob der Diplo, Wissenschaft und Engineering irgendwo zwei von drei abfrühstückt und nicht nur, wie hier, nur diesen einen Wert. Dann wird er auf jeden Fall nochmal besser brauchbar sein. In meinem Fall mache ich es aber nicht, weil ich möchte keine Transmissionen verschwenden. Zeitportal. Okay, da habe ich nichts zur Verfügung. Kann auch nichts aufmachen. Okay, passt. Dann schicke ich einfach das Shuttle los für diese zehn Minuten. Darf aber noch nichts abholen, weil ich möchte ja noch mit den Transmissionen hier beim Dominion auch noch ein bisschen was machen. Oh, nice. Abholen, cool. Wir haben uns Chronytonen abgeholt und auf die Seven ist es auch nicht bereit. Die Seven muss halt natürlich zu Hause sein, damit man sie fusionieren kann und hier mit einer besseren Seven verschmelzen kann. Guti, wie schaut's beim Data aus? Was braucht da Data für Items? Ach, äh, Moment. Und kurz gucken, wie heißt die Mission? Zugesicherte Sicherheit. Okay. Das war diese. Gut. Ah ja. Das wird's in der Transmission geben oder in einer nicht entdeckten, die 18 kostet. Also werde ich mir die Karten auch wahrscheinlich über einer Transmission holen. Weil wenn was schon 18 kostet, dann bedeutet das, das wird ziemlich late game sein. Okay, 50.000 Crates ist okay. Passt mir. Und dann kann ich ihm den Visor geben. Ja, das wird gehen. Das werde ich schaffen, wenn meine Crew wieder da ist. Und auch das gelingt wieder, wenn die Crew da ist. ein bisschen so ein Sitzen auf Nadeln. Wann kommt dann endlich die Crew wieder? Ich möchte meine Charaktere weiter ausbauen und voranbringen. Ich glaube, ich werde es auch ein bisschen beschleunigen für die Videolänge. Normalerweise würde ich jetzt einfach so weitermachen, dass ich die 10 Minuten jetzt abwarte und dann wieder ein Shuttle losschicke, wieder 10 Minuten abwarte und wieder ein Shuttle losschicke. Ein zweites Shuttle loszuschicken ist halt gerade so eine Sache. Ich kann es euch einmal ganz kurz zeigen. Ich habe halt echt wenig Crew zur Verfügung. Das würde jetzt 10 Minuten dauern und würde ziemlich sicher fehlen. Man bekommt zwar einen Bruchteil der Punkte trotzdem 38%. Boah, ne, bei aller Liebe nicht so wirklich. Das heißt, ich möchte das hier ganz gerne so gut es geht mitnehmen den Bonus und weiter aufleveln. Ich habe gerade durchgeguckt durch die Episode 1 und schauen wir nochmal die normalen Kämpfe an. Vielleicht gibt es ja da welche, die ich noch abschließen kann. Denn dafür brauche ich ja gerade keine reguläre Crew da. Die sind quasi am Shuttle, können aber trotzdem gleichzeitig in das Schiff hüpfen und den Kampf machen. Und das ist doch ideal. Genau das wollen wir haben. Ja, diese 200% mehr Schaden, die fetzen schon ganz schön rein. Die Ruffy, die macht schon guten Damage. Nice, sehr schön. Sollte sich ausgegangen sein mit unter 20 Sekunden. Yes, coole coole. Dafür gibt es auch wieder Erfahrung und die beiden können noch weiter aufleveln. Das haben wir ihnen ja garantiert dadurch, dass wir sie mit Items ausgerüstet haben und aufsteigen haben lassen. Und dann schauen wir mal, ob uns das noch weiter gelingt. hier zum Beispiel Schiffskampf in Episode 2 folgt gegen Belana Torres in ihrem Marquis Rider. Arim erhöht schon mal ein bisschen den Angriff und gleich kommt die Ruffy und wird richtig reinzimmern. Nja, könnte besser sein, könnte besser reinzimmern. Aber wird das wahrscheinlich nicht klappen mit den 20 Sekunden. Komm Ruffy. Gebt ihr Mühe Ruffy? Nein. Nope. Natürlich nicht. Naja, Items haben dabei rumgeschaut. Okay, das schaffe ich noch nicht mit der Episode 2. Was kommt hier als nächstes? Ein normaler Fight. Dann können wir noch die Notrufe machen. Schauen wir uns mal die Notrufe an, ob wir die schaffen, denn das sind ja auch alles nur Schiffskämpfe. Ja, Story, bla, bla. Constellation gegen Köttinger. Piu, 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 Nice, das fällt Jetzt alles schön rein. So wollen wir das sehen. Ideal. Schön. Yep. Stufenaufstieg und höchst effizient. Notrufe Klingonisches Reich. Gefällt mir. So, hier die Feind. Die Fight. Wo ist denn der Gegner? Traut er sich nicht. Jetzt. Ein 4-Sterne-Schiff, die die Feind mit dem Worf aus dem Spiegeluniversum von Deep Space Nine. Aber die die Feind hat offensichtlich keine Skills. Das ist ja nice. Okay. Ein skill-loses Schiff. Das ist immer gern gesehen. Wird sich aber wahrscheinlich nicht ausgehen. Mit den 20 Sekunden. Mal gucken. Ja, ne. Leider nicht. Egal. Oh, Level 11. Wup, wup, wup. 50.000 Kredits. Wup, wup, wup. Wir können das nächste in Eingriff nehmen. Und ja, wieder mal in meinem Plädoyer. Auf jeden Fall. Spielsmissionen, Spiels. Weltraumkämpfer kostet jetzt schon 6. Und das ist ein 5-Sterne-Schiff. General Kang. Alles, was geht, mitnehmen. Jeglicher Fortschritt ist da mega geil. Da war wieder die Ruffy mit ihrem 200% Schaden. Tata, so. Und? Wird auch nicht geklappt haben. Ne. Also, hat schon geklappt, aber nicht für 3 Sterne. Aber scheiß drauf. Next one. Erstmal wieder hin. Wiederumkampf starten. Und Energie. Plötzlich geht's nur noch gegen ein 2-Sterne-Schiff. Ohne Skills. Interessant. Oder werde ich nur nicht angezeigt. Ist das ein Anzeige-Bug? Na gut, es wird nichts eingesetzt. Offensichtlich. Stimmt das schon so. Ich verstehe aber nicht, warum uns der dann so runterschießen kann. Und länger aushält als ein Schiff. Was Skills hat. Das ist so ein bisschen komisch für mich. Das kann ich nicht wirklich nachvollziehen. Ja, und dann haben wir da noch. Alle Käufer sind endgültig. Der letzte Fight in der Reihe der Klingonen. Kostet schon 8. Also nochmal eine Spur heftiger. Gegen den Ferengi-Händler. Gucken, ob wir das schaffen. Und ich freue mich schon so auf die Belohnungen, die wir gleich abholen werden. Bei unserem Shuttle-Event. Beim Mega-Event. Für den goldenen Charakter wird's nicht reichen. Aber Zumindest die 7 können wir uns abholen, denke ich. Und dann die 7 auf den nächsten Stern bringen. Das ist auch schon mal echt cool. Piu, piu, piu. Nice, das haben wir auch noch geschafft. Zumindest auf zwei Sternen, denke ich mal. Yes. Immerhin. Immerhin. So, wir schauen nochmal zurück. Wie schaut's mit der Sicherheit aus? Die Sicherheit ist wieder da. Zugesicherte Sicherheit. Yes. 25 Punkte. Knapp an der 7 dran. So, und jetzt mache ich so, dass ich da noch einmal Crew reinsetze. In die Dominions. Dauert jetzt auch nochmal 10 Minuten. 97%. Ja. Und jetzt mache ich so, dass ich diese ganzen Sachen hier abhole. Das war mal ein Fehlschlag. Das war ein Erfolg. Bringt uns zwei Punkte. Wie gesagt, die Schwierigkeit wird jetzt höher. Fehlschlag, Erfolg, Fehlschlag und Erfolg. Und es hat für die 7 gereicht. Wupp, wupp, wupp. Schauen wir mal, was wir als nächstes noch so kriegen könnten. Ja, mal schauen, wie weit es noch rauf geht. 225 ist dann schon ein Sprung. Aber die 7 haben wir. Das heißt, wir können sie verbessern. Ich schaue nochmal, ob wir noch eine andere hätten. Nee. Nur die eine. Ja, gönn dir den Anzug. Du kriegst sogar zur Feier des Tages was spendiert. Aber nicht alles auf einmal ausgeben, 7. Nice. Eine Kochmütze gibt es auch noch für den Cisco. Ja, dann soll es das, glaube ich, gewesen sein. Dann habe ich euch mal das Shuttlen gezeigt. Zu Beginn, wie das aussieht, wenn man Level 10 ist und das erste Mal an so einem Shuttle-Event teilnimmt. Also kann es sich durchaus lohnen. Aber ich würde euch diesen Trick empfehlen, den ich euch gerade gezeigt habe. dass ihr nicht immer gleich auf Abschließen geht. Weil dadurch erhöht sich halt noch der Schwierigkeitsgrad. Und gerade zu Beginn kann es sich halt wirklich lohnen, dass ihr das nacheinander macht. Schauen wir mal, wie schwer wäre es jetzt, noch ein Shuttle loszuschicken. Geht sogar. 93 Prozent. Das würde ich mal mitnehmen. Da senden wir doch nochmal ein Shuttle. Dann haben wir nicht zwei gleichzeitig am Laufen. Genau, jetzt können wir es ja wieder machen, weil jetzt haben wir alle anderen abgeschlossen. Und deswegen haben wir auch wieder die Crew zur Verfügung. Unsere Vier-Sterne-Leute zum Beispiel. Die kommen jetzt auch schon mal auf ganz nette Werte. Schon mal 90 Diplomatie und 98 Wissenschaft. Das ist doch geil. Die schaden doch schon an den 100, so wie mein McCoy. Also das ist schon mal eine schöne Sache. Gut, ja, dann war es das mit dem Shuttle-Event. Ich werde hier noch die sieben Minuten warten und dann schicke ich nochmal zwei los. Dann bin ich blank mit den Transmissionen da. Aber dann reicht es mal, um so ein bisschen reingeschnuppert zu haben in das Event. Denen wird es auch freuen. der Before, denn da bekommt der Typ, der den Before geteilt hat, auch nochmal ein paar Punkte für sein Event. Guti, dann soll es das gewesen sein mit einem kleinen Update rund um das Shuttle-Event. Und zusätzlich haben wir auch noch uns ein bisschen auf der Galaxie-Karte hier weiter nach vorbewegt. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Gerne in die Kommentare rein, bezüglich Format etc., wie euch das gefällt und so weiter. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.